Hier! Ah! Liebste, sehnlich vermisste Caroline, du fehlst mir unendlich, Liebste. Du fehlst mir jeden einzelnen Tag. Ist da jemand, der sich hier auskennt? Mama hat gesagt, wir sollen ihn bei euch drüben im Vorderhaus empfangen. Aber drüben riecht doch alles nach meinem Mann. Ja, Schiller! Ja, und ich fühle mich, wie er selber zählte. Ja, und ich fühle mich, wie er selber zählte. Ich bin ein großer Poet. Ist das dein Code? Sagen Sie, Schiller, wann bekommen wir denn eine Aufklärung darüber, oder was zwei Schrägstriche, was ein Dreieck bedeuten? Ich glaube, dass wir beide, Charlotte, sie und ich, noch zu Lebzeiten einer anderen Welt erleben werden. Ich liebe Sie beide. Caroline. Charlotte. Oh mein Gott, sie hat dringend! Aber du darfst nicht dein Mariage in Gefahr hier, oder? Könnt ihr denn schwimmen? Nein! Nein! Was ist meine Frau? Ihre Frau schläft. So glückliches Paar, wie Sie beiden. Das sieht man selten. Wer ist denn das Obers? Das ist ihre Dreisamkeit, die Schiller stets wieder gesucht hat. Noch da ist ein Herrscher. Mein Gott ist ein Herrscher.